Mir kühlen hier teilweise oft platt und ich auch nicht. Ich kann dem Karneval nichts abgewinnen, das ist mir alles zu laut, zu hektisch, zu viele Menschen und zu laut. Nee, nee, muss ich nicht haben. Aber jeder soll feiern, also die Narren, diese Ganzjahreskarnevalisten, gerne, warum denn nicht? Jeder, wie er will. Also bist du aus dem Bereich Hanau-Frankfurt? Ja, zu faul ist auch eine Variante. Wenigstens ehrlich, das ist ja auch schon mal was. Was rennen die plötzlich wieder so los? Weiß auch keiner, ne? Ja, das Wetter ist bei uns auch richtig mies. Also meine Wetterseite, die ist bis oben hin, das Fenster voll mit Wasser. Tropfen, das ist so widerlich. Ich denke, muss das denn sein? Was habe ich denn hier gebaut? Steinschneider, ja doch. Den hatte ich auch noch nicht, oder hatte ich den schon? Ich glaube mal ganz kurz auf der anderen Karte, ne? Auf der letzten Karte. So, also wenn das hier so rumliegt, dann schleppen die das wie doof durch die Gegend und lagern es ein. Alles gut. Ihr wollt mich doch verarschen, ihr kleinen, miesen, simulierten Drecksäcke, oder? Also unglaublich. Weil hier aus dem Steinlager, ja, hier auf der Ecke, problemlos hier rüber geschleppt. Aber die Steinkoten, ne Gott, bewahre, nein. Na, Holzkoten ist es ja auch. Aber egal. Die sind doch alle, die sind doch alle fertig. So, was ist denn hier wieder das Problem? Der Inserter. Akzeptiere nichts außer normalen Stein. So, funktioniert doch. Und auch du bitte nichts akzeptieren, außer normalen Stein. Muss man nicht machen. Eigentlich auch kein Freund davon, aber hier in diesem Ablauf mache ich es mal. So, du akzeptierst bitte nur Steinblock. Du akzeptierst bitte nur Steinblock. Du akzeptierst alles. Und du bitte nur Steinblock. Das ist richtig, ne? Ja. Sehr gut. Dann haben wir das auch. Können wir dann nicht in gleicher Manier hier auch noch so eine Holzbretter-Nummer hinbauen? Hier unten ist ja noch Platz, ne? Wir könnten ja nur das ein oder andere Holzbrett hier hinbauen. Also wir bräuchten dafür ja noch eine Holzfarm. Das heißt, wir bräuchten... Wir bräuchten... Wir bräuchten einen Depport. Und noch einen Depport. Bei dem Depport bräuchten wir einen Eingang. Und wir bräuchten einen Depport-Ausgang. Wir brauchen bei schlechtestem Wetter einen Insurter, der in die richtige Richtung gehend, ein bisschen näher rangehend, hier hin machen. Ja, ich weiß. Du brauchst wieder Maschinenteile und so. Maschine. Automatisches Sägewerk. Bauen wir hier hin. Das müsste passen, ne? Ja, das passt. Ähm, dann... Insurter standardisiert. Eins, zwei, hier raus und da rein. Richtig, richtig, ne? Genau. Fließband... Fließband... Von hier nach hier. Halt, stopp. Machen wir nochmal. Wir haben ja genug Fließbandteile. Ist ja nicht wie bei reichen Menschen hier. Von hier nach hier. Richtig. So, ja, mit diesen Fließbändern, das ist noch nicht... Da bin ich noch nicht so ganz... Das ist noch nicht meine Welt. Fließband habe ich, ne? So. Und hier dann... Von da nach da. So. Dann sieht das doch schon mal richtig, richtig gut aus. Und jetzt fehlen natürlich nur wieder ganz viele Bauteile. Aber keine Sorge, die habe ich ja immer noch am Schiff. Hier wollte ich Holz machen, ne? Das heißt, du lagerst Holz an. Du nimmst bitte nur Holzscheite raus. Du machst diese komischen Geschichten. Ja, sie schleppen das Holz. Sehr gut. Und wir brauchen... Was brauchen wir denn? Maschinenteile. Davon müssen wir jetzt aber wirklich mal genug produzieren. Und dann wird das eine ganz fantastische Produktionsstraße. Was fehlt die hier hinten noch? Veredeltes Holzteil. Haben wir schon wieder keine? Ein kleines veredeltes Holzteil. Da ist es. Und wir lagern mal wieder so zehn Stück aus. Dann könnten wir ja eigentlich, ne? Also eigentlich. Das funktioniert. Also wir haben das, wir haben das. Sehr gut. Dann warten wir mal ab, bis das hier produziert ist. Hier unten müssen noch Farmen hin. Natürlich, ne? Aber das passt ja. Das kriegen wir hin. So zwei, drei Farben werden wir wohl hier hinkriegen. Und dann hätten wir hier auch genug Holz. Hier oben ist genug Holz. Hier wird gerade nichts hergestellt. Weil wir keinen Kug vorkriegen. Richtig, schleppt erst mal bitte raus. Damit ihr ein bisschen was zu tun habt. Das kannst du hier noch nicht mal löschen, weil hier ständig irgendjemand durchrennt. Das war so jetzt auch nicht geplant, finde ich. Ach, die machen mich fertig. Ehrlich, die machen mich fertig, diese Figuren hier. Nein, jetzt hör doch mal auf, hier was einzulagern. Wie hörst du jetzt auf? Böses Teil. Die ärgern mich. Jetzt geht's los hier. Nächste Produktionsstraße. Wie der sich auch immer schön gierig so ein Holz klaut, ne? Hätte man vielleicht noch eins rübersetzen können oder zwei. Alles klar. Weiß jemand, wofür wir hier Gold brauchen? Ich hab's noch nicht verstanden. Warten auf Bau. Ist gerade zufällig jemand da, der Zeit hätte, hier was zu bauen? Ich frag mal für einen Freund. So, nicht wundern. Ich scrolle gerade durch den Chat, aber damit ich im Spiel bleibe, äh, ne, der scrollt dann immer zeitgleich. So. Und der Zayman, der spielt das Spiel auch und hat das auch gerade schon gestreamt. Weil dieses Spiel, wie gesagt, bietet sich halt an, Interaktionen mit euch draußen vor den Bildschirm zu machen. Weil es hier nicht ganz so wild ist mit, äh, Action, wo man ständig auf der Route sein muss. Er streamt es immer mal wieder. Okay. Ja, dann muss ich doch gleich mal einen Follow-up da lassen, wa? Dann kann ich mir das mal angucken, wie die Profis das spielen. Wobei ich ja nun, äh, sagen möchte, so schlecht funktioniert die Stadt ja nicht. Wie gesagt, wir brauchen noch einen zweiten Hafen. Dann machen wir Import und Export. So, warten auf Bau. Was ist denn das Problem? Also irgendwas scheint da noch nicht so ganz hundertprozentig zu stimmen. Weil keine Sau interessiert sich für den Bau, obwohl angeblich ja alle Sachen da sind. Das hat er auch gerade schon mit einem Haus. Das ist und ist und ist nicht fertig geworden. Und, äh, dann hab ich's abgerissen und neu gebaut. Und plötzlich, zack. Wurde das in Sekunden gebaut. Jetzt fehlt plötzlich ein Holzteil. Alles klar, natürlich. Sowas hier. Ich lagere mal ein paar aus, ne? Also so oft, wie das hier in der Wüste regnet, dann müsste das eigentlich eine wunderbare grüne Fläche sein. Sehr realistisch krieg ich immer Angst. Ich glaub, so langsam komm ich an die Grenzen dieses Spiels. Was die Performance angeht, ne? Ist das Ding denn jetzt gebaut? Nö, ne? Da fehlt doch noch der Kran oben. Ja, wie man immer so sagt. Never change a running system. Es hat funktioniert. Ich hab dran rumgefummelt. Jetzt funktioniert hier gar nichts mehr. Na toll. Aber das sieht doch nicht so aus, als wenn das gebaut wäre, oder? Aber er sagt, es wär gebaut. Hm. Man weiß es nicht. Ich hatte ja gehofft, dass das hier ein bisschen leerer wird, dass wir wieder Kupfer importieren können. Nö, nö. Jetzt kommt nur Stein. Ist natürlich auch nachvollziehbar. Aber das ist ja auch schon alles geschnitten hier. Das ist ja. Alles klar. Meinst du, das hier hätte Sinn? Die Priorität auf Max? Ich mein, die schleppen sich gerade den Wolf. Gar keine Frage. Aber der ein oder andere sollte doch, äh. Aber ihr seht das auch so, ne? Dass das eigentlich noch nicht gebaut ist. Weil das alles noch ausgegraut ist. Es wird aber, ähm, nicht angezeigt. Ne, hier fehlt der Arm. Das ist alles noch ausgegraut. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ins Nastput grave. parl, das ist ja auch schon immer schön. aber chuckugge, es spfGHTst. Vielen Dank.